Mein Name ist James Jackson Dyle. Ich wurde in Quantico ausgebildet. Ein CIA-Killer wird aus dem Ruhestand geholt. Für einen allerletzten Auftrag. Es kann ziemlich schnell chaotisch werden. Doch in Wahrheit ist er nur das Opfer in einem tödlichen Spiel. Jetzt ist jeder hinter ihm her. Skirtland Yard bietet jedoch eine Belohnung von 20.000 Pfund. Und der weltbeste Scharfschütze Los, los, los! Wird selbst zur Zielscheibe und kämpft ums Überleben. Wesley Snipes, Lina Heddy, The Contractor. Auf DVD